Der Hafen. Aber bitte stürm da nicht einfach rein, Kleine. Das ist Popes Mörder. Da draußen könnten noch mehr Cops sein. Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden dich sehen. Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. Okay. Erstmal ein schönes Flugzeug. Was soll der Milch? Willkommen zur neuen Folge. Ich bin zu diesem Schiff. Es sind einige Formalitäten zu erledigen. Ach, guck mal, der Laster da unten. Ja. Erstmal irgendwie runterkommen. Da vorne ist eine Stange. Hört sich an, als könntest du blinder Passagierspielen. Aber schnell, bevor man weiterfährt. Runter. Ja, natürlich, aber du hast ein bisschen mehr reagiert, muss ich sagen. Naja, nähern wir uns dem Laster. So, so schnell wie es möglich ist. Und, ach, guck mal, da kommen wir rein. Sehr gut. So. Was ist eigentlich auf diesem Schiff? Keine Ahnung. Vielleicht Waffen. Könnte was mit diesem Projekt Icarus zu tun haben. Wenn du den Typ auf Deck gesehen hast, solltest du dich da hinaufmachen. Sobald du deinen Killer gefunden hast, hol dir ein paar Antworten und sieh zu, dass du wegkommst. Da sind eine Menge Cops, also bereite dich auf einen Kampf vor. Okay. Es geht anscheinend los. Aha. Ich verstehe gerade überhaupt nichts, was sie sagt. Aber ist wohl anscheinend... Boah, ist das laut. Aber anscheinend ist das wohl auch nicht so wichtig. So langsam kann der LKW aber auch mal wieder anhalten, ne? So lange werden die Ladezeiten ja wohl nicht sein. Hm. Aber muss ja realistisch sein. Ah. Die Vorhung abgeschossen. Riegel die Wege nach. Okay. Anscheinend sind wir angekommen. Ging ja doch recht fix. Okay. Natürlich alles wieder schön bewacht. Okay. Erstmal abbauen. Hier. Jetzt einmal raus. Ach. Okay. Wird, glaube ich, recht schwierig, so. Oh. Na. Na, verhaben wir aber. Das sind, glaube ich, zu viele. Und was ist das für eine Waffe? Nein, 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 nein. Gute Nacht. Und nochmal. Ja. Diesmal mal von dieser Seite, ob die uns direkt sehen oder ob das... Ja, sie merken das direkt. Da ist es total egal. Ich glaube, wir müssen die platt machen. Ich probiere es jetzt noch einmal so und danach... Los, los, los! Natürlich. Komm, einmal hier runter. Komm schon, hier können wir doch überspitzen. Ja. Aber wo kommen wir jetzt her? Da geht's ja, nicht her. Da auch nicht. Ach, guck mal, da ist ohne Stange. Da müssen wir auf den LKW. Ja, aber da kommt schon. Einer, jetzt! Komm, schon, versuchen wir es mal. Jetzt geht doch! Ich würde gerne die Waffe haben. Danke sehr. Nummer zwei. Ähm... Wo kommt der nächste? Da ist er. Ich hoffe, wir haben noch genug Schuss. Und rechts kamen da doch noch ein, zwei Leute her, oder? Ja. Nein! Waffe ist alle. Und da ist jetzt... Wo kommt der denn? Wo kommt der denn her? Scheiße. Äh... Na gut, noch mal. Schön, Zeitlupe und... Trotzdem nicht geschafft, natürlich. Sehr gut. Nichts als Versuch. Naja, bringt jetzt nicht so viel, in Zeitlupe zu gehen. Aber ich hab... Erstmal... Jetzt komm. Eins und... Zwei und... Drei. Daneben zielen, ist super. Und zacka. So, nächste Waffe. So, der ist weg. Da ist jetzt einer hinterhergebracht. Und... Komm schon, geh raus. Ja, komm, noch einmal. So, der ist weg. Da ist die nächste Waffe. Neben bei uns die. Und... Da hinten ist der nächste. Den kriegen wir anscheinend von hier nicht. Ja, komm schon. Ein bisschen näher müssen wir da wohl noch dran. Erstmal in die Knie. Und jetzt fällt er um. Sehr gut. Ist da noch jemand? Fällt sich zumindest so an. Aber ich seh hier keinen mehr. Oh, jetzt kommen die schweren Geschütze. Ähm. Aber hier ist gar keiner mehr. Von daher... Können wir das direkt wegwerfen. Tschüssi. Und hoch mit uns. Und... Wo kommen die denn jetzt her? Ähm. Na gut. Und... Wieder frei. So. Einfach direkt runter. Und mal gucken. Hier sind doch bestimmt auch wieder Kops. Los, los, los. Los, los, los. Ja, natürlich. Erstmal gucken, ob wir hier zumindest... Ohne Schaden anzurichten... Naja, das sieht nicht so aus. Konnten uns gerade noch am Rad festhalten. Aber mehr auch nicht. Na gut. Next try. Runter und vielleicht... Na, abrollen geht nicht. Oder vielleicht müsste ich mich dafür umdrehen. Naja. Gucken wir mal. Da ist, glaube ich, ein Einzelner. So wird das gerade aussah. Komm schon. Der kommt doch bestimmt hier jetzt rein. Ja. Jetzt nimm doch die Waffe. Dann halt nicht. Nächster Versuch. So. Und rollen. Sehr gut. Funktioniert das also auch? Direkt mal hinlaufen. Und... Waffe nehmen. Sehr gut. Boom. Tschakka. So, haben wir die. Na, an den kommen wir noch nicht so schnell dran. Vielleicht von hier. Na. Ich guck lieber trotzdem nochmal von hier. Ja, komm schon. Und. Na. Scheiße. Maus herrschen. Ah. Ah. Erstmal die Maus verziehen. Natürlich. Naja. Bei meiner Mausempfindlichkeit habe ich jetzt erstmal runtergestellt. Ist halt ein bisschen besser genau. Pixel genau zu zielen. Bäm. Natürlich. Trifft er direkt. So. Gehen wir mal ein bisschen aggressiver vor. Der kommt jetzt hierher. Und. Warum. Warum. Warum nimmt sie die Waffe hoch? Na. Jetzt stirbt doch. So. Weg damit. Und die nächste. Sieht danach aus, als ob hier keiner mehr wäre. Das ist schön. Dann können wir ja. Weitergehen. Das ist gut. Weg mit der Waffe. Irgendwie runter von den Autodex-Face. Ja, ja. Keine Sorge. Mach ich schon. Und hier geht's weiter. Und aufdrehen. Nummer zwei. Nummer drei. So. Da vorne. Ist da was? Ne, da kommen wir nicht durch. Okay. Dann quetschen wir uns hier einmal durch. Ein. So. Er kommt. Und durch den Lüftungsschacht. Oder an dem Lüftungsschacht vorbei. So. Ein bisschen höher noch. Und an dem Lüftungsschacht. Letzt haben wir nicht drauf, sondern hängen uns einfach nur dran. Aber bisher kommen wir nirgendwo dran. Dann müssen wir weiter nach links zu gehen. So. Ist hier irgendwas. Ah, da vorne ist der Stange sehr gut. Sind wir weit genug? Na, kommt noch zweimal. Wir sind zu weit gegangen. Natürlich. Wie geht es mal? Du von dieser Ebene weggekommen bist. Was? Halt dich doch fest. Du bist jetzt einfach durch die Stange gesprungen, Mädel. Das geht doch nicht. Noch mal den ganzen Rotz. Na gut. Hopp, hopp. Dranspringen. Nach links. Wird ja wohl machbar sein. So. Na, von hier noch nicht. Noch den Decken weiter. Und. Ein bisschen leichter springen und dran sind wir. Sehr gut. Auf die Lüftungsschächte da vorne. Und. Von hier aus wieder an die Stange. So muss das gehen. Und wenn du jetzt nochmal runterfällst, ne? Okay. Ist ja gut. Okay. Und hier müssen wir wohl wieder hoch. Ja. Er hat einen Runner in deiner Gegend. Er hat ihm von jeder Menge Aktivität auf dem Schiff berichtet und er hat vielleicht einen Mann auf dem Oberdeck gesucht. Einen Runner? Okay. Dann werden wir wohl gleich auf dem Irgendwann treffen. So wie ich die Story kenne. Es wird ja nichts erwähntes in dem Spiel einfach so vorkommen. Aber wo kommen wir jetzt erstmal weiter? Auf die Röhren können wir nicht. Das weiß ich. Ähm. Der Lüftungsschacht. Hm. Weiß ich nicht, ob wir da dran können. Also an die Rohre auf jeden Fall nicht. Okay. Versuchen wir jetzt mal den Lüftungsschacht. Ja. Hm. Na komm. Pepper. Da ist auch nichts, ne? Ne. Dann müssen wir den Lüftungsschacht nehmen. Na gut. Erstmal hinfallen. Natürlich. Natürlich. Pepper. Dran. Und noch einen Dacken nach links. So. Nein, doch nicht da dran. Ja. Na komm. Und. Hoch. Geht das direkt? Ja. Was? Ach Mädchen. Sollte sich ja den anderen Lüftungsschacht festhalten. Na ja, ja. Desto häufiger wir es machen, desto schneller, desto schneller, genau. Desto schnell, egal wie läuft es. Korrekt. So. Nehmen wir jetzt mal den anderen Lüftungsschacht. Genau den. Und. Ja, geht doch. Sehr gut. So, wie machen wir das denn jetzt hier? Wo ist das hier? Da oben ist eine rote, rote Stange, ja. Ähm. Sehr gut, da ist ein Checkpoint. Sehr gut. Können wir... Na, so nicht. Ich dachte, dass man da irgendwie so gegenspringen kann und dann auf die andere Seite kommt, ne? Wenn man sich dann einmal dreht. Komm schon, ein Versuch geb ich dir noch. Na, komm. Du sollst dich ja nicht daran einfach umsliden, sondern davon wirklich abspringen. Das sollte ja wohl möglich sein. Komm. So. Vielleicht ein bisschen schräger, was dann nicht mehr schrägt. Nööö. Noch mal, komm. Ah. Ah. Ja, atme ich auch erst mal durch. So. Komm schon. Und. Nööö. Komm schon. Das wird doch wohl machbar sein. Das ist jetzt ja super. Komm, geh drauf. Das haben wir doch schon ein paar Mal geschafft. So. Und. Nööö. Und immer wieder ein paar blutige Flecken zuziehen. Natürlich. Ach, jetzt komm. Hoch. Sehr schön. Machst du gut. Und. Schlitt. Hallst du gut ver Kennt. dann weijo. thingst du gutas in手.